Und wir beginnen mit dramatischen Szenen heute. Die Kleidung eines Mannes brennt, Autos stehen in Flammen, andere eilen in Panik dem Mann zu Hilfe. Es sind erschreckende Momente. Zugetragen haben sie sich auf einer Autobahn nach einem schweren Unfall mit einem Pannenfahrzeug. Wir heben gleich ab in die Luft. Es geht um den Schreckensflug einer Boeing 777. Da mussten die Passagiere im Flugzeug mit ansehen, wie das Triebwerk draußen Feuer fängt. Wie das weiterging, erfahren Sie gleich hier bei uns. Aber erst einmal reden wir über eine tolle Geschichte. Über das besondere Gespür von Hunden ist ja schon viel berichtet worden. Und heute wissen wir noch mal mehr. Das Ganze hat viel Wahres. Denn bei diesem Feuer ist ein Hund zum großen Held geworden, der bewiesen hat, dass er nicht nur einen guten Riech hat. Wenn man alle Aufatmer am Wochenende hätte zählen wollen, nach dem Motto, ach ist das schön, es wären wahrscheinlich Millionen gewesen. Wir sind beim Wetter. Wir sind plötzlich von Winter irgendwie auf Frühling gebeamt worden. Und das hat in diesen Lockdown-Zeiten einfach allen nur gut getan. Zumindest scheinen uns das die vielen Bilder heute zu sagen, die wir bekommen haben, aus wirklich allen Himmelsrichtungen. Klar gab es auch, deshalb auch dieses Bild, die ein oder andere Auseinandersetzung mit der Polizei wegen nicht eingehaltener Abstandsregeln. Aber in erster Linie war es ein Wochenende mit ganz viel A und O. Und diese Woche soll ja so weitergehen. Also den Schnee gibt es auch noch, noch mit den steigenden Temperaturen. Wächst aber auch die Hoffnung, dass das Wetter die Verbreitung des Coronavirus vielleicht doch bremsen könnte. Dazu gibt es eine spannende aktuelle Studie. Worauf die Hinweis? Dazu mehr im Netz. Gucken Sie gern auf brisant.de. Und jetzt hurra, die Schule geht los. Auch wenn die Schulen gerade vor größten Herausforderungen stehen, das ist klar. Das Gute vorweg. Ab heute können mehr und mehr Schüler zurück in die Schulen. Das freut die Eltern. Und vor allem wird es natürlich die Kinder freuen, die ihre Klassenkameraden zum Teil ja sehr lange nicht gesehen haben. Kritik gibt es heute dennoch auf fast allen Seiten. Und wir hören jetzt auch, wo es gerade ganz besonders kneift. Und dass es manchmal vor allem im Kleinen noch knirscht, das zeigt auch die nächste Geschichte, man könnte sie nennen, der Lüfterstreit in Nordrhein-Westfalen. Da wollte man nämlich für die Schulen und Kitas eigentlich was Gutes tun, nämlich mehr dieser Luftfilteranlagen anschaffen. Eltern wollten das sogar übernehmen, aber das hat die Stadt Köln nun wiederum abgelehnt. Und so ist aus einer guten Idee jetzt plötzlich einfach nur Riesenärger geworden. Und nun gibt es statt gesunder Luft eher ziemlich dicke Luft. Und kreative Ideen sind immer wieder gefragt in diesen Zeiten. Und die gibt es angeblich auch für den Luftfilter. Man kann den nämlich mit einfachen Dingen aus dem Baumarkt tatsächlich selber bauen, wie das geht. Das Versprechen lautet nämlich, in vier Stunden ist das möglich. Gucken Sie gerne auf brisant.de, vielleicht basteln Sie es nach. So, wir gehen jetzt in die Luft und es sind nochmal ganz dramatische Bilder. Das ist ja die Art von Blick, die man bitteschön in einem Flugzeug niemals haben will. Sie schauen aus dem Fenster und sehen, huch, da brennt ja das Triebwerk. Und das ist ja ein nicht ganz unwichtiges Teil an einem Flugzeug. Eine Erfahrung und die Geräusche noch dazu, die Flugzeugpassagiere machen mussten. Und dann brechen plötzlich auch noch weitere Teile vom Flugzeug ab. Im Zoo von Osnabrück sind die Tiere wie in den meisten Zoos gerade noch allein. Aber natürlich sind die Pfleger dort und versorgen die Tiere. Und da gab es jetzt ein Unglück. Und inzwischen weiß man auch, wie das passieren konnte. Beim Begriff Mafia, da sind wir in Gedanken schnell in Italien. Aber bestimmt nicht im Osten Deutschlands. Doch genau da spielt der Film, den wir Ihnen jetzt zeigen wollen. Es geht um Rückzugsgebiete der Mafia, die offenbar, so zeigen es diese besonderen Einblicke, sich nahezu problemlos neue Gebiete in Deutschland erobert haben, um dort dann Geld zu verdienen. Warum das so möglich war und warum die Mafia in Deutschland sogar ungestört mörden kann, das zeigt dieser besondere Film.